wir sind lang alter weil ich laufen in meinem zweier truppen ist natürlich richtig nice da kommst du her aber hätte papa den aufnehmen macht keinen aufstand es tut ja gar nichts mehr ok die sind wohl zu weit weg die gefahr ist vorbei so die haben jetzt richtig bock die jungs weil die haben jetzt richtig lust mir einen auf dem feld zu brennen im sinne von wegen dass die jetzt auch noch mit allem drauf gehen also ich muss jetzt hier liegen ich wollte mein messer rollen ja nun ich schleiche mich mit mir gerade oh gott Ja, ich weiß, dass ich. So. 4, 3, 17 hier. Das hätte ich verkauft. Ja, das würde ich auch behaupten, Alter. Jetzt muss ich hier drei so eine Teile finden, damit ich frei bin. Weil jetzt alles, was jetzt hier noch rumkeucht und fleucht, Bock hat mich zu meucheln. 42 Meter in die Richtung. So, jetzt laufe ich erstmal mit ihr und sonst wo hin. Ja. Ja, siehst du? Weil nämlich da war schon der Erste. Jetzt alles, was jetzt hier in Bewegung ist, kommt und hat Bock. Komm du mal her. Nein, du findest dich nicht. So. So, darf 35 Meter in die Richtung kommen. Boah. Das war nicht gut. Wo ist denn das Teil? Acht Meter. So, da haben wir den Ersten. Oh, das war Glück. Ich muss diese scheiß Dinger finden, Alter. Die wollen mir nämlich jetzt alle an der Pelle. Oh Mann, hier finden wir noch einen. Den, 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 den. Dann müssen wir hier lang. Da. 44 Meter in die Richtung. Sehr gut. Sehr gut. Da läuft hier einer rum. Wo ist der? Da oben. Oh, Alter. In dem Moment, wo du bist, ne? Da kommt natürlich einer um die Ecke. Die Wachen werden gut aufpassen. Jetzt müssen wir noch einen finden. 73 Meter in die Richtung. Das ist aber der Typ, der hier rufen tut, ne? Der, genau, der Munali. Der kostet mich Geld. Also, sprich, eine Münze. Da muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwie noch was anderes finde. Äh. 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 Geh' ich irgendwie hier lang. Ich muss irgendein noch einen finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Da. 30 Meter. Bitte. 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 Bitte, bitte. Wo bist du? Yes, Baby. Lieber verborgen bleiben. So. Jetzt bin ich schön verborgen, Alter. Sehr gut. Also. So muss das sein. Auf geht's. Dann haben wir den jetzt auch gemacht, meine Damen und Herren. Die sollten, dann brauchen wir nicht mehr. So. Was haben wir im Inventar jetzt eigentlich Neues? Ach, hier haben wir hier haben wir noch. Hier haben wir irgendwas noch. Nichts. Pasche. Die Vergebesserungspläne, ne? Gehen wir mal kurz hier rein. Hier. Hier vergessen, Alter. Das ärgert mich immer so ein bisschen mit den Menüs. Schnellreise. Neue Aufträge verfügbar. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Neuen Auftrag oder eigentlich ins Endgame? So. Das ist ja jetzt das Ende, was mich jetzt gleich erwarten wird. Oh, da wollen wir noch einen Auftrag machen, meine Damen und Herren. Kann man nicht machen, ne? So. Okay, Fullert. Ich probiere es mal. Was haben wir denn noch? Einen Auftrag haben wir. Der Sklavenfänger. Einen Sklavenfänger ist in Bagdad. Töte ihn. Und entdeckt bleiben. Okay. Wir dürfen den nicht, äh, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Äh, erwischen lassen. Also, dass er uns sieht in unserem Pipapo. So, müssen wir hin. Auf die andere Seite der Stadt, wa? Oh. Schnellreise ins andere Bruderschaftshaus. Okay. Und dann gibt's das. Ja, 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 ja. Da bin ich ja mal gleich gespannt, ob das bei den ersten funktionieren wird. Ob da gleich die Meldung kommt. Ja. So, bei Tag auf dem Platz nordöstlich des Bruderschaftshauses. Nordöstlich. Da soll ich die Pflaume suchen. Geh auf Erkundung. Wer ist das jetzt? Ich sehe dich. Dann leite mich zu dem, was ich wirklich so. Ach so. Und weg. Ich war heute zu hektisch. Morgen muss es besser werden. Ja. Es ist immer das Gleiche, ne? Oh, Mann, nee. Genau. Genau. Wir müssen jetzt echt meditieren, weil das geht sonst nicht. Das habe ich eben echt versorbeutelt. So. Da ist er wieder. Genau. Warum habe ich das Gefühl, dass ich oben lang gehen darf? Aber nein. Er geht natürlich in die andere Richtung. Ich habe jetzt schön gedacht, dass ich irgendwie da lang muss. Er läuft da. Komm ich da eigentlich so lang? Ja, ne? Er wird mir hier gleich anerzählen, ich darf hier nicht rumbauen. Öh, rumlaufen, ne? Gut, und jetzt bleib da, wo ich dich sehen kann, ja? Genau. Komm wir hier lang? Wo bist du denn hin? Ja, alles ist gut. Wir haben ihn immer noch im Auge. Genau. Okay. Alter, was habt ihr denn für ein Problem? Warum greifen die mich an? Wir müssen die Schachter holen! Das kann auch nicht wahr sein, wie es... Alter, wieso hat der... Haben die mich angegriffen? What? Ich war doch unentdeckt. Ich habe nichts gemacht und er sagt plötzlich so, hey. Das war wieder eine richtig schöne Falle, oder was? Ich will alles nochmal machen, okay. Interessant. Ich habe nur nicht verstanden jetzt gerade, warum er da hinten... Warum da hinten gesagt wird, hier, pass mal auf, Freundchen. Ich habe ich gesucht. Weise den Weg und ich folge. Warum er hier auf die Idee kommt, dass sie mich angreifen. Das habe ich jetzt überhaupt gar nicht verstanden. Guck mal, ich kann zum Beispiel auch hier gehen. Genau. Das ist ja interessant, Alter. Der Auftrag. Da ist er. Warum hat der mich jetzt angegriffen, meine Damen und Herren? Also die Wachen, so. Waren die jetzt so bezahlt? Oder wie sehe ich das? So, dann bleibt er bestimmt wieder da oben stehen. Ich gehe daneben lang. Da bist du ja, genau wie ich dachte. Genau. Euch helfe ich. So, jetzt muss ich... Das habe ich jetzt, wie gesagt, an der Stelle war ich ja. Und dann sind die Bubis voll auf mich drauf losgegangen. Bedeutet für mich... Oh. Können wir irgendwo hier lang gehen? Wenn ich mich jetzt da runter stütze, mache ich mir Aua. Oh. Oh, nu? Warum die mich hier angegriffen haben, das weiß ich immer noch nicht. Okay, hier übrigens... Kann ich nicht kauen. Oh, endlich bin ich da. Was denn? Die Auktion hat noch nicht begonnen? Dein alter Freund, der Fänger, bereitet seine Ware noch in der Garnison vor. Der Sklavenfänger muss in der Garnison sein. Zweifellos kümmert er sich um seine Ware. Töte den Sklavenfänger. So, wo ist der jetzt? Er wollte mich vorne biebeln, ne? Was ist er denn? Ich habe mein Ziel entdeckt. Ja, ist klar, Alter. Alter, ihr macht mich fertig. Okay. Oh, ist auch nicht. So, an ihn komme ich nicht ran. Okay. So. Dann da, da, da. Okay. Na, wunderbar. Da ist eine goldene Truhe und ich komme nicht ran. Alter, ihr macht mich fertig, ey. Jetzt mal da lang schleichen und uns die da vornehmen, damit wir da hinkommen. Und natürlich macht sich einer auf den Weg. Ich kriege das zu viel. Boah, ich kriege noch die Motten hier, meine Freunde. Ja, hau'n du mal ab. Komm, verschwinde. 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 Schleichend alles hier meucheln. Guck mal, hier ist eine goldene, wie eine goldene Kiste oder was? Da ist er. Komm, wir kommen. Komm, wir kommen. Da ist auch eine Kiste. So, und hier kommen wir nicht weiter. So. Sprich, wir müssen irgendwie da lang und dann da in der Mitte lang. Okay. Verschwricht den da holen. Yes. Da läuft er lang. Okay. 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 So. Oh mein Gott. Oh. 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 Äh. Äh. das war ganz knapp ich habe noch die voraussetzung ok 8 zeit zu gehen Ich bin so schlimm. Na komm. So. Dann war das ja irgendwo da drüben, ne? Wo wir hier rauskrauchen konnten. Ein schöner Abschluss. Genau. Aber die sind da gleich auf Agro, ne? Er hier. Na das war ja fast perfekt. Der Auftritt gerade so im Inventar. Was haben wir denn hier Neues bekommen? Da haben wir wieder Verbesserungsplan Rostam-Schwert. Dann gehen wir noch einmal hier oben hin. Da können wir, glaube ich, ab nach zurück, wa? Was? Ja. Vielen Dank.